Dankeschön. Sehr geehrte Frau von Bähler, sehr geehrte Bundestagsabgeordnete, liebe Heike Bremer, liebe Linda Teuteberg, liebe Birgit Neumann-Becker, lieber Frank Ebert, liebe Konstanze Helber, lieber Dieter Dombrovski und vor allem liebe Teilnehmerinnen des zweiten UKG-Frauenkongresses. Zweiter Bundeskongress politisch verfolgter Frauen in der SPZ und DDR. Das hört sich so selbstverständlich an. Zweiter Bundeskongress politisch verfolgter Frauen. Für mich ist dieser Kongress nicht selbstverständlich, dass sich die Frauen, die in der Diktatur gelitten haben, sich vernetzen, dass die Frauen aufstehen und deutlich auf ihre Situation hinweisen. Selbstverständlich ist all dies nicht und es erfordert Mut und es erfordert Entschlossenheit. Ich bin ihnen daher umso dankbarer, dass so viele von ihnen diesen Mut und diese Stärke aufbringen. Dass sie über das berichten, was sie in der DDR erlebt haben, über die Repression, über das Leben in Angst und darüber, wie diese Erfahrungen sie selbst und ihre Familien bis heute begleiten. Gerade die Gespräche mit ihnen zeigen mir, dass der Blick auf die Repression und die politische Haft, insbesondere von Frauen, heute noch immer viel zu einseitig ist. Der Konflikt mit dem Staat, die Inhaftierung und schließlich die Freiheit. Eine Geschichte mit Happy End. Die Realität von vielen tausend Frauen ist bis heute jedoch eine ganz andere. Als 2011 der damalige Bundespräsident Christian Wulff das Frauenzuchthaus Hoheneck besuchte, berichtete eine ehemalige politische Gefangene ihm von der Beziehung zu ihrem Sohn. Nur weil du in den Goldenen Westen wolltest, gab es niemanden, der mich im Kinderheim zugedeckt hat, als ich gefroren habe. Mir fällt es immer schwer, diese Geschichte zu erzählen, weil sie immer wieder sehr trifft. Diese Worte des Sohnes an seine Mutter zeigen uns, wie weit der Schatten der Diktatur reicht. Wenn wir uns heute mit dem Unrecht in der DDR auseinandersetzen, dann geht es dabei eben nicht um etwas, was sehr lange vergangen ist. Es geht um Menschen. Menschen, die bis heute unter dem Erlebten leiden. Ich sehe es als unsere gemeinsame Aufgabe, dass wir als demokratische Gesellschaft diese Menschen, die in der DDR für Freiheit, Selbstbestimmung und Bürgerrechte gekämpft haben und damit den Weg zu friedlichen Revolution geebnet haben, dass wir diese Menschen so unterstützen, dass sie in unserer heutigen Demokratie ein selbstbestimmtes Leben führen können. Ich bin ihm dankbar, dass sie beim letzten Frauenkongress in Stolberg, aber auch in diesem Jahr in Halle ihre Forderungen an die Politik formulieren. Ich bin Heike Bremer und ich bin Linda Teuteberg dankbar, dass Sie beide heute hier bei uns beschäftigt sind. Wenn wir uns der Frage, was muss für die Opfer geleistet werden, nähern, ist es mir besonders wichtig, dass wir eines immer wieder berücksichtigen. Für den Prozess der Aufarbeitung der Diktatur und der Unterstützung der Opfer gab es kein Vorbild. Es gab keine Blaupause, an der man sich hätte orientieren können. In den zurückliegenden drei Jahrzehnten wurde viel für die Opfer erreicht. Insbesondere die Rehabilitierungsgesetze sind ein Anker für die Betroffenen. Das Unrecht, das die Diktatur den Opfern zugefügt hat, wird in der Demokratie gelindert. Bei der letzten Überarbeitung der Gesetze in 2019 wurden mit der Entfristung der Antragstellung, mit der Reduzierung der Mindesthaftzeit zur Gewährung der Opferrente und mit der Einführung der Einmalzahlung für Zersetzungsopfer wichtige Akzente gesetzt. Aber all das Erreichte darf eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir auch heute noch vor großen Herausforderungen stehen. Herausforderungen, die vor 20 oder 30 Jahren eben noch nicht vorhersehbar waren. Herausforderungen, für die unsere bisherigen Instrumente zur Unterstützung der Opfer leider nicht geeignet sind. Ich möchte daher sehr gerne einen Punkt ganz besonders herausgreifen. Ein Punkt, der mich in meiner Arbeit als Opferbeauftragte quasi tagtäglich begleitet. Die gesundheitliche Situation vieler Frauen, die unter Repression leiden mussten, ist heute mehr als beunruhigend. Frau Maslehati von der Charité wird uns aus ihrer aktuellen Forschung hierzumorgen noch genaueres berichten. Die traumatischen Erlebnisse von Haft und Erniedrigung, von Kindesentzug und Zwangsarbeit, sei es in Hohen Eck, in Hohen Läumen, im Roten Ochsen oder an vielen weiteren Orten der Repression. Diese Erlebnisse holen die Frauen oft erst nach Jahrzehnten wieder ein. Schlafstörungen, Angstzustände, körperliche Leiden, all das wird zu Begleitern des täglichen Lebens. Diese Frauen brauchen Hilfe und diese Frauen suchen Hilfe. Die meisten von ihnen jedoch scheitern auch auf dem Wege bei der Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Ohne Anerkennung, keine Hilfe. Wie es sich für einen Opfer anfühlt, im jetzigen Anerkennungssystem zu scheitern, durfte ich bei einer Betroffenen aus Baden-Württemberg erleben. Als junge Frau entschied sie sich nach langem Ringen, die DDR zu verlassen und stellte einen Ausreiseantrag. Dass sie einer Freundin im Westen von ihrem Wunsch berichtete, das wurde ihr zum Verhängnis. Für ungesetzliche Verbindungsaufnahme wurde sie zu 20 Monaten Haft verurteilt. Einschüchterungen, Zwangsarbeit, Demütigung, ja sogar Zwangsuntersuchungen durch einen Frauenarzt musste sie auf ihrem Leidensweg durch die DDR-Gefängnisse ertragen. Schließlich wurde sie aus dem Gefängnis entlassen und konnte ein halbes Jahr später ausreisen. Angekommen im Westen ließen sich die traumatischen Erlebnisse nicht los. Mit den Jahren wurden sie sogar immer schlimmer. Panikattacken, Schlaflosigkeit, Angstzustände, jeden Tag aufs Neue. 2006 stellte sie ihren ersten Antrag auf Anerkennung eines Haftfolgeschadens und scheiterte. Über Jahre hinweg kämpfte sie weiter und zog vor die Gerichte. Nach acht Jahren 2014 gab es endlich Licht am Ende des Tunnels. Im Rahmen eines Vergleichs wurde ihr schließlich ein niedriger Grad der Schädigung zugesprochen und damit der Zugang zu Leistungen ermöglicht. Endlich ein Teilsieg für die Betroffene, würde man denken. Drei Jahre später, 2017 jedoch, bekam sie erneut Post vom Amt. Bei erneuter Überprüfung des Schädigungsgrades habe man festgestellt, so hieß es in dem Schreiben, dass andere, aktuellere Ereignisse in ihrem Leben sich negativ auf ihre Psyche ausgewirkt haben müssten. Ihre Scheidung und der Verkauf des Eigenheims seien die Hauptursache für die psychischen Probleme und nicht etwa die Monate in den Gefängnissen einer Diktatur. Der Grad der Schädigung wurde wieder auf Null gesetzt und der Zugang zu Leistungen verwehrt. Seitdem kämpft die Betroffene weiter. Sie kämpft nicht nur darum, dringend benötigte Leistungen zu erhalten, sondern sie kämpft vor allem auch um Gerechtigkeit und auch um ihre Glaubwürdigkeit. Für mich ist dieses Beispiel symptomatisch. Über Jahre schon kämpfen die Opferverbände, die Landesbeauftragten und viele in der Politik dafür, dass die Anerkennungsquoten bei den Anträgen von SED-Opfern auf beschädigten Versorgung endlich besser werden. In den letzten 30 Jahren aber haben Bundestag und Bundesrat Prüfungen für Verbesserungen und einzelne Veränderungen am bestehenden Anerkennungssystem beschlossen. Leider führte keine dieser Bemühungen zu einem Erfolg. Heute müssen wir uns eingestehen, dass das bisherige Anerkennungssystem gescheitert ist. Was wir brauchen, ist eine Neuorientierung. Weg von der Ermessensentscheidung des einzelnen Sachbearbeiters. Was wir brauchen, ist ein Verfahren, bei dem anhand klar definierter Kriterien entschieden wird. Ich habe dem Bundestag hierfür einen ganz konkreten Vorschlag gemacht. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Mein Vorschlag hat sich bewährt. Er orientiert sich an den Regelungen im Soldatenrecht. Hier hat man vorgemacht, wie anhand klar definierter Kriterien die Kausalität zwischen dem schädigenden Ereignis und dem heutigen Gesundheitsschaden vermutet wird. Für Opfer der SED-Diktatur können wir die schädigenden Ereignisse klar benennen und belegen, sei es politische Haft oder seien es Zersetzungsmaßnahmen. Ebenso klar kennen wir die heutigen Krankheitsbilder, wie zum Beispiel die posttraumatische Belastungsstörung. Ich wünsche mir, dass das, was der Bundestag vor Jahren aus Gründen der besonderen Fürsorge für die Soldatinnen und Soldaten möglich gemacht hat, dass das der Bundestag auch ebenso für die Opfer der SED-Diktatur auf den Weg bringt. Die Zusage, die das wiedervereinigte Deutschland vor über 30 Jahren den Opfern der SED-Diktatur im Einigungsvertrag gemacht hat, diese Zusage, dass die Opfer des SED-Unrechtsregimes rehabilitiert und entschädigt werden. Sie gilt für mich auch noch nach über 30 Jahren unverändert. Diese Zusage drückt für mich die besondere Fürsorge aus, die die Politik und die wir als Gesellschaft gegenüber den Opfern haben. Ich bin dankbar, dass der Deutsche Bundestag vor wenigen Monaten zum 70. Jahrestages des DDR-Volgsaufstandes eben nicht nur den Opfern des 17. Juni gedacht und an den jahrzehntelangen Widerstand in SBZ und DDR erinnert hat. Der Bundestag hat zum Jahrestag auch einen grundsätzlichen Beschluss zur besseren Unterstützung der Opfer gefasst. Das Parlament sieht wie wir Handlungsbedarf, Handlungsbedarf um die Lage der Opfer weiter zu verbessern. So hat der Bundestag in seinem Beschluss beispielsweise die Bundesregierung ganz konkret aufgefordert, den bereits im Koalitionsvertrag vorgesehenen bundesweiten Härtefallfonds nun endlich auch einzurichten. Ich habe als Opferbeauftragte des Bundestages schon im letzten Jahr den unterschiedlichsten Ministerien ein konkretes Konzept vorgelegt, wie ein solcher Fonds gestaltet werden kann. Hier erwarte ich in den nächsten Wochen eine Entscheidung, dass der Bundestag, welches des Bundestages, welches Ministerium die Verantwortung für den Fonds übernimmt, damit die Arbeit endlich beginnen kann. Ein ganz wichtiger Punkt natürlich ist die weitere Überarbeitung der Rehabilitierungsgesetze. Hier hat der Bundestag in seinem Beschluss die Regierung aufgefordert, bei der anstehenden Überarbeitung die Impulse der SED-Opferbeauftragten zu berücksichtigen. Meine Zielrichtung hierbei ist klar. Verwässern wir die soziale Lage der Opfer, schließen wir die Gerechtigkeitslücken in den Rehagesetzen und schaffen wir endlich ein einfaches und gerechtes System zur Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Für mich ist dieser Beschluss des Bundestages ein wichtiges Signal in Richtung der Opfer. Ein Signal insbesondere auch an die Heldinnen von Hoheneck und Hohenläuben, dem Roten Ochsen und den weiteren Haftanstalten. Ein Signal an all die tausenden politisch verfolgten Frauen. An die Frauen, die in der Kultur nicht klein beigegeben haben und die für ihr widerständiges Verhalten einen hohen Preis zahlen mussten. Es sind die Menschen, die mit ihrem Mut ganz maßgeblich den Weg zur friedlichen Revolution und zur deutschen Einheit geebnet haben. Bessere Botschafterinnen für den unschätzbaren Wert unserer heutigen Demokratie im wiedervereinigten Deutschland als sie, die politisch verfolgten Frauen, kann es für mich nicht geben. Vielen Dank. Jetzt frage ich erst mal, ist Tanja Germer im Raum? Ah, sehr schön. Tanja und ich werden nachher die Publikumsmikrofone übernehmen, deswegen war mir das wichtig. Jetzt bitte ich Frau Neumann-Becker als Moderatorin auf das Podium, Linda Teuteberg als FDP-Bundestagsabgeordnete, Heike Bremer als CDU-Bundestagsabgeordnete, Konstanze Helber vom, wie wir kurz sagen, Frauenforum, aber korrekt heißt es, Forum für politisch verfolgte Frauen der SPZ-DDR. Und Eveline Subke, die SED-Beauftragte beim Bund. Hast du es so für Sie? Auch SED-Opfer-Beauftragte. Verzeihung. SED-Opfer-Beauftragte, jetzt habe ich, aber das wäre natürlich ganz schlimm, wenn wir noch eine SED-Beauftragte bei der Bundesregierung hätten. Ja, also das wäre, das wäre aber nicht gut für uns. SED-Opfer sind auch nicht gut für uns, aber es ist besser, wenn die die Beauftragte haben. So, bitteschön. Ja, ganz herzlichen Dank für die Begrüßung und für die Besetzung des Podiums. Ich frage mal in den Raum, ob ich zu verstehen bin, weil ich habe hier so ein Dingsmikro und würde Sie bitten, von hinten vor allen Dingen, wenn wir nicht mehr zu verstehen sind, hier vorne einfach mal so zu winken, damit das dann alles gut funktioniert. Wunderbar. Dann wird, denn wir steigern uns. Genau. Ich darf sehr herzlich begrüßen in alphabetischer Reihenfolge und auch kurz vorstellen hier auf diesem Podium Frau Bremer, von Ihnen gesehen links außen. Frau Bremer ist direkt gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestages. Frau Bremer, Sie haben Ihren Wahlkreis in Sachsen-Anhalt im Harz und deshalb freut es mich immer wieder, Sie zu sehen. Sie sind dort engagiert, auch im Bereich der Erinnerungspolitik, der Aufarbeitung. Und wir haben hier schon viele gemeinsame Veranstaltungen gemacht zum Thema auch der innerdeutschen Grenze und der deutschen Teilung. Sie sind in Stassfurt geboren. Sie waren lange in der Kommunalpolitik tätig und sind 1989, das ist vielleicht nicht ganz uninteressant, in die CDU eingetreten. 1989, also als sich die DDR dem Ende entgegennahte und sind stellvertretende Landesvorsitzende. Vielleicht soweit. Und Sie sind Mitglied im Ausschuss für Tourismus, das ist für uns nicht unwichtig. Und stellvertretend bei Arbeit und Soziales und für Umwelt und Naturschutz. Seien Sie uns ganz herzlich willkommen. Ich habe hier beim Sprechen ein komisches Gefühl von Rückkopplung. Haben Sie das auch, wenn das nur ich habe? Aber Sie haben das offenbar auch. Irgendwas ist hier. Na gut, dann muss ich das jetzt ertragen. Frau Helber, zu meiner Linken, von Ihnen aus gesehen rechts. Wir haben ein Zitat von Ihnen. Als 1989 die Mauer fiel, da dachte ich, jetzt geht diese DDR unter und meine Geschichte zu hohen Eck mit ihr. Das ist so eine Doppelbotschaft. Also war ja gut, dass sie weg ist, aber nicht die ganze Geschichte. Und eigentlich hat sich dieser Gedanke ja begleitet bis heute. Sie sind in Kamburg an der Saale geboren. Sie sind Kinderkrankenschwester geworden, nachdem Sie keine Zulassung zum Abitur hatten. Und Sie sind nach einem missglückten Fluchtversuch verurteilt worden, nach § 213 zu drei Jahren und drei Monate Haft und waren in hohen Eck inhaftiert. Sie sind freigekauft worden, nach Westdeutschland, sind nach Baden-Württemberg gekommen. Und Sie haben dann auch begonnen, sich mit dieser Erinnerungsarbeit zu beschäftigen. Sie sind Mitglied seit 2009 im Frauenkreis der ehemaligen Hohenäckerinnen. Sie haben den süddeutschen Freundeskreis der Hohenäckerinnen gegründet. Ich weiß, dass Sie da eine ganz aktive Zeitzeugin sind. Und Sie sind seit 2019 Vorsitzende des Forums für politisch verfolgte und inhaftierte Frauen e.V. mit dem Sitz in Berlin. Und Sie sind Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland. Im Gegensatz zu Herrn Dombrovski tragen Sie es offensichtlich doch auch. Also wie Herr Dombrovski tragen Sie es, haben Sie es ausgeborgt. Seien Sie uns willkommen. Frau Teuteberg, seien Sie uns auch willkommen. Sie sind in Königs Wusterhausen geboren und zu Ihnen habe ich auch ein Zitat. Sie haben in einem Beitrag, ich glaube, das war zu 30 Jahren Deutsche Einheit, geschrieben. Wir dürfen die Erzählung zur DDR und auch zu den Parteien in der DDR nicht der Linken überlassen. Das ist ein Statement. Sie sind Juristin, Sie sind bei den jungen Liberalen eingetreten, sind schon ziemlich lange Mitglied der FDP. Sie sind Juristin und Sie sind seit 2009 erst mal Mitglied des Landtags in Brandenburg geworden und in den 19. Deutschen Bundestag gewählt worden. 2017, jetzt also in Ihrer zweiten Legislaturperiode, Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie sind Mitglied im FDP-Bundesvorstand. Sie nehmen viele wichtige Termine und Aufgaben innerhalb der FDP wahr. Und ich bin Ihnen für Ihre Teilnahme heute ganz besonders dankbar, weil ich weiß, dass Sie hier teilnehmen zu Ungunsten eines anderen wichtigen Termins in Ihrem Wahlkreis. Seien Sie uns herzlich willkommen. Und last but not least, Evelyn Zubke, Rechtsaußen, ganz kurz. Sie hat ja gerade schon ein Impulsreferat gehalten. Erste Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur. Und seit 2000, das ist sie seit 2021, also im Zusammenhang ja mit der Auflösung oder Zuordnung des Stasi-Unterlagen-Archivs zum Bundesarchiv, ist ja gleichzeitig vom Deutschen Bundestag diese Institution geschaffen worden. Oder diese Position, die sich der Situation der von Unrecht Betroffenen vor allen Dingen annehmen soll. Und das tust du mit allem Engagement. Sei uns herzlich willkommen. Dieses Gespräch hier soll in zwei großen Etappen passieren, nach dem Impulsvertrag von Frau Zubke. Und zwar einem Gespräch hier auf dem Podium. Und danach möchten wir dann aber gerne auch die Möglichkeit in den Saal an Sie als Betroffene, Beteiligte, Interessierte geben, um Fragen zu stellen oder einen Beitrag, ein Statement abzugeben. Ich möchte gerne die erste Frage an Sie, Frau Helber, richten. Wir sind ja hier beim zweiten Frauenkongress, beim zweiten Kongress der in der SED-Diktatur verfolgten Frauen. Und ich glaube, dass es gar nicht unwichtig ist, eigentlich nochmal sich zu vergegenwärtigen, an dieser Stelle auch am Beginn des Frauenkongresses, wie es, welchen Impuls dazu geführt hat, dieses Frauenforum zu gründen und welche Zielsetzung oder welche Absicht Sie damit auch verbinden. Ja, vielen Dank für die Frage. Also natürlich, das Frauenforum für politisch Verfolgte ist nicht nur für die SED-Opfer, sondern geht weit zurück auch in die SBZ. Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil da ist die Erinnerungskultur ja auch ganz, ganz wichtig, die in die Öffentlichkeit muss. Und die Betroffenen der SED-Diktatur ist ja quasi wie so eine Kette, hat sich das ja angeschlossen. Und wie ist es dazu gekommen, dieses Frauenforum zu gründen? Also im Prinzip war es eine Intention von meiner Seite aus. Ich habe ja diese Interessensgemeinschaft in Süddeutschland gegründet. Das waren nur Hoheneckerinnen, mit denen ich ins Gespräch kam und auch eine große Gemeinschaft geworden ist. Aber dann kamen doch Frauen, die in unserer Zeitung auch gelesen haben, in unserer Verbändezeitung, dass es eben solche Interessengemeinschaft gibt. Aber Frauen, die meinetwegen in Hoheneuben inhaftiert waren oder in Dessau oder dann eben Zersetzungsopfer waren. Und die haben sich, haben immer gefragt, können wir uns anschließen an euch? Und irgendwann ist das zu viel geworden und da habe ich gesagt, naja, dann müssen wir uns was überlegen. Und da hat natürlich die UKG ganz großartig mitgeholfen. Was tun wir? Wir brauchen einen Verein, der alle Frauen bundesweit erreicht, die irgendwo in irgendeiner Weise Repressionsopfer geworden sind. und unbedingt großen Gesprächsbedarf haben, aber den nirgendwo anbringen können. Und zum Teil auch im Bundesgebiet wohnen, wie im tiefsten Schwarzwald oder in der Pfalz. Und ganz wenig Frauen waren da, ich sage das mal, also ohne irgendwie betreffend zu wirken, aus dem Osten. Also es waren alles Westfrauen, sage ich immer, Westfrauen. Und die waren so alleine und dann habe ich gesagt, naja, was muss passieren? Und dann haben wir uns überlegt, ein Frauenforum zu gründen. Ein Frauenforum für politisch verfolgte und inhaftierte Frauen in der SBZ und der SD-Diktatur. Und das ging auch ganz gut mit der Gründung. Und was kam dann? Corona. Aber trotzdem haben wir das ganz gut geschafft, diesen Verein lebendig zu machen und sind mit den Frauen ins Gespräch gekommen, trotz dieser widrigen Umstände und haben natürlich erstmal uns die Geschichten angehört, was ist da passiert und was können wir für die Frauen tun. Und dann haben wir gemerkt, alle, ich meine, wir wissen es auch, alle Frauen, die irgendwo unter politischer Repression gelitten haben, haben eine spezielle Leidensgeschichte. Und das muss man öffentlich machen. Und so ist also das immer mehr gewachsen, das Forum. Und aus diesen speziellen Geschichten der Frauen war natürlich dann auch klar, da gibt es eben diese Haftfolgeschäden. Da gibt es diese zwangsadoptierten Kinder. Da gibt es Frauen, die wirklich am Rande des Existenzminimums stehen, weil sie seit Jahren kämpfen um Anerkennung ihrer Haftfolgeschäden und ganz viel Geld auch da reinstecken. Und dass sie immer an die falschen Gutachter kommen und immer an die falschen Ärzte kommen und ihnen immer gesagt wird, ja, sie haben keine posttraumatische Belastungsstörung, das kommt ja alles aus der Kindheit. Und das war natürlich für uns eben das Zeichen, wir müssen diese Frauen in die Öffentlichkeit bringen. Aber wie in die Öffentlichkeit bringen? Das geht ja nur durch Reden. Und deswegen der erste Frauenkongress, das Schweigen brechen. Und jetzt der nächste, heute mit dem Titel Verordnene Zeit. Also so ist das ins Laufen gekommen. Und unser Ziel ist, noch mehr Frauen zu erreichen, um noch mehr fundiertes Wissen zu bekommen und das dann eben auch, wie gesagt, weiterzugeben in Form von Kongressen oder Symposien vielleicht auch mal, könnte ja auch mal sein. Und vor allem auch an die Politik, an die Landes- und Bundespolitik in einer Form, wie zum Beispiel jetzt, wo Sie daran teilnehmen, Frau Bremer und Frau Teuteberg, vielen Dank, dass Sie sich dafür interessieren. Und dass wir dann unsere Forderungen, das klingt für mich immer so streng, das Wort, dass wir Ihnen auch mal aufzählen können, was uns wichtig ist, was uns bewegt und dass wir darüber reden und diskutieren können. Und ja klar, Forderungen sind immer erst mal viel, aber man muss sich dann auf das Wesentliche beschränken und das tun wir dann. In den nächsten zwei Tagen werden wir versuchen, unsere Thematik, was uns bewegt, ihn einfach zu erklären und präsent zu machen, sodass wir vielleicht ins Gespräch kommen und uns, ja, unsere Anliegen in die Öffentlichkeit bringen, sodass es gehört wird. Wir haben alle ein Recht darauf, gehört zu werden und gesehen zu werden und zur Sprache zu kommen. Das ist unser Ziel. Dankeschön. Frau Teuteberg, meine zweite Frage möchte ich gerne Ihnen stellen. Und zwar, wir sind heute ja kurz nach dem 3. Oktober und wir haben uns ganz zufällig in Hamburg getroffen. Wirklich ganz zufällig nach der Festveranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit, dort in der Elbphilharmonie und vorher im Michel. Und wir haben dort gute Reden gehört, finde ich, in der Elbphilharmonie. Und wir haben dort auch, also ich habe jedenfalls dort auch erlebt, dass dieses Fest der Deutschen Einheit dort schon auch so zur Kenntnis genommen ist, wie, naja, dieses größere Deutschland hat jetzt was mit dem zu tun, die da jetzt dazugekommen sind. Und dieses Bewusstsein durch die Bundesländer zu tragen, durch diese Ausrichtung, ist, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr gut. Dennoch, eine große Aufgabe ist es ja, dieses Thema von SED-Diktatur, SBZ und SED-Diktatur sozusagen weiterzutragen. Und ich habe Sie vorhin mit diesem Zitat vorgestellt, das Sie in Ihrem Beitrag in der Welt gegeben haben, nämlich, dass wir dazu auch eine eigene, auch selbstbewusste Erzählung brauchen. Das steckt ja so ein Stückchen dahinter. Und meine Frage an Sie ist, wie nehmen Sie das wahr? Jetzt einfach als Bestandsaufnahme ist diese Frage von Diktaturfolge, also von Diktatur und Diktaturfolgen, weiterhin ein politisches Thema. Ich will vielleicht die Frage noch einmal etwas mit einer Vertiefung erweitern, weil wir ja feststellen, dass im Zusammenhang mit der Entwicklung in der Ukraine, durch diesen Überfall, wir merken, dass diese postdiktatorischen Situationen und das Verständnis der Vergangenheit ja eine Frage von innerer und äußerer Sicherheit geworden sind. Also das Wissen um das Funktionieren einer Diktatur führt ja zu einem bestimmten Verhalten. Und deshalb meine Frage an Sie nochmal, wie nehmen Sie das wahr? Ist das ein Thema, das jetzt vielleicht nochmal neu auf die Tagesordnung gekommen ist? Also zunächst möchte ich kurz sagen, ich teile die Einschätzung von Evelyn Zubke, dass es keine besseren Botschafterin geben kann dafür, wie wertvoll ein Rechtsstaat und eine Demokratie sind, als die Frauen, die heute hier versammelt sind, die in der DDR gelitten haben unter Repression und den aufrechten Gang versucht haben, trotz dieser Unterdrückung. Und deshalb ist es mir wichtig, heute hier zu sein. Und ich finde, dass die Aufarbeitung, das Bewusstmachen, was eine Diktatur bedeutet und auch was in unserem Land geschehen ist, unter der SED-Diktatur und in der sowjetischen Besatzungszone, dass wir da nicht nachlassen dürfen. Dass es ja eher Tendenzen gibt, tatsächlich wieder zu verharmlosen. Deshalb ist auch Ihr Motto hier über diesem Kongress, wieder das Schweigen, wichtig. Und der Artikel, auf den Sie da Bezug nehmen, der war jetzt tatsächlich mal ein bisschen speziell zu dem Thema der Parteiengeschichte in Ostdeutschland. Und wie war das mit den Blockparteien, aber auch mit der Nationalen Front, die übrigens durch die SED gegründet wurde. Die SED hat andere Parteien gleichgeschaltet und in diese nationale Front gezwungen. Und das ist keine so unwichtige Tatsache, aber heute sicher ein Randthema. Wenn Sie aber sehen, dass manche Bestseller, wie jetzt Katja Heuers, Diesseits der Mauer, was vor kurzem erschien und ist in vielen Zeitungen darüber berichtet worden, dann ist das ja ein Symptom dafür, dass manche eine Sehnsucht haben nach einer verharmlosenden Erzählung über die DDR. Ich sage mal ein Beispiel, jemand wie Arno Esch, das war ein junger Mann, der in Mecklenburg in der direkten Nachkriegszeit sich dieser Gleichschaltung durch die SED verweigert hat, in der liberal-demokratischen Partei. Der hat auch seinen Weg nach Moskau gefunden und ist dort erschossen worden. Und seine Mutter hat auch nie offiziell erfahren, was mit ihrem Sohn geschehen ist. Also diejenigen, die sich die Flötentöne durch die SED nicht beibringen lassen wollten in der frühen DDR, die haben dafür oft mit ihrem Leben oder mindestens mit ihrer Freiheit und Gesundheit bezahlt. Und deshalb dürfen wir nicht zulassen, dass heute Katja Kipping und andere so tun, als seien die Blockparteien das eigentliche Problem gewesen. Die Flötentöne gingen schon noch von der SED aus. Und diese Ursache und Wirkungsbeziehung sollten wir auch nicht vergessen. Das ist mir wichtig. Und Herr Dombrovski weiß es, wir haben mal gemeinsam in einer Enquete-Kommission im Brandenburger Landtag gearbeitet, wo wir auch diese Dinge aufgearbeitet haben. Das steht nicht dem entgegen, auch kritisch auf manches bei den Blockparteien zu schauen, aber wir sollten eben Ursache und Wirkung auseinanderhalten. Und diese Tendenzen, so zu tun, als sei die DDR doch nicht so schlimm gewesen, wie Günter Grass leider mal sagte, eine Kommode-Diktatur, oder als könne man den Alltag in der DDR trennen von der Unterdrückung und dem Charakter des politischen Systems, das ist eben falsch. Sondern es gab vielfältige Formen von Unterdrückung. Und diejenigen, die natürlich zum Beispiel tatsächlich Haft erlebt haben, die haben es auf eine besondere Weise erlebt, aber auch viele andere, die nicht den Ausbildungsweg nehmen konnten, den sie wollten, oder andere Dinge im Leben nicht durften, nicht sich entfalten konnten, denen Menschenrechte vorenthalten wurden, die haben auch unter diesem System gelitten. Und das sollten wir einfach immer wieder in Erinnerung rufen. Denn das ist wichtig, um die Freiheit zu schätzen, zu wissen. Es ist nämlich, der Wert des Rechtsstaates besteht ja auch heute, das wird man heute oft daran erinnert, nicht darin, dass einem jede Entscheidung gefällt oder man selber jedes Gesetz optimal findet, sondern besteht insbesondere darin, dass man vor Willkür geschützt ist, dass es auch ein paar persönliche Grundrechte gibt, in die der Staat nicht einfach eingreifen kann. dass es sozusagen bestimmte Maßstäbe gibt, an die sich auch der Staat halten muss, was nicht heißt, dass es nicht auch mal Fehler gibt oder einem alles gefällt. Und dafür das Bewusstsein zu halten, ist, glaube ich, wichtig. Und dafür muss man um Diktaturen wissen. Das ist auch was, was wir mit unseren osteuropäischen Nachbarn gemeinsam haben, die Diktaturerfahrung. Und was es auch gilt, sich daran zu erinnern und auch in dieses gemeinsame Europa einzubringen, ist das auch für den Umgang heute mit Russland und mit autoritär geprägten Staaten wertvoll. Sollte uns übrigens auch daran erinnern, dass man eben diejenigen, die sich in solchen Staaten auflehnen, unterstützen sollte, auch aus dem Ausland und nicht nur den Kontakt zu den Machthabern suchen sollte, sondern gerade denjenigen, den Rücken stärken, die sich gegen Diktaturen, autoritäre Systeme auflehnen und darunter leiden. Und da gibt es weiterhin viel zu tun. Und diese Tendenz der Verharmlosung, die zeigt eben, dass das eine Daueraufgabe ist. Da müssen wir, dürfen wir nicht nachlassen, das müssen wir den Schulen, in den Lehrplänen, das muss in der Lehrerausbildung, für Geschichtslehrer, aber auch manche Verwandtefächer, da muss das viel stärker verankert werden. Was ist wirklich der Charakter auch dieser Diktatur gewesen? Was können wir daraus für heute lernen? Das ist von ganz enormer Wichtigkeit. Und ich kann mich da, ich glaube, Frank Ebert hat es vorhin gesagt, auch nur anschließen, dass auch Sie eben Ihre Erinnerungen mitteilen sollten und auch Dokumente, Informationen am besten auch weitergeben in Archive, damit das eingehen kann in die Geschichtsschreibung. Denn ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Opposition, die hat in der Diktatur kein Staatstheater, sie hat auch nicht automatisch ein Archiv, wenn sie es nicht selber schafft. Und wenn Sie über Ihre Geschichten erzählen, über Ihre Schicksale, dann ist das auch ein Beitrag, zu unserem Gedächtnis als Land und auch als Europa. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass Ihre Schicksale und Ihre Erfahrungen in diese Geschichtsschreibung eingehen. Dankeschön. Frau Bremer, an Sie möchte ich eigentlich der Fairness halber dieselbe Frage richten. Nämlich, wie kann diese Erinnerung an die politische Diktatur heute Thema in bundesdeutscher Politik sein? Sie sind uns ja, Frau Teuteberg und Frau Bremer, deshalb so wichtig hier zu sein, weil Sie sich am Gespräch beteiligen, aber weil Sie auch hören. Sie nehmen ja auch Botschaften von hier mit in Ihre Fraktionen, in das politische Gespräch nach Berlin. Das ist von hier aus gar nicht so weit weg. und tragen dort sozusagen etwas mit, was Sie von hier aufnehmen. Aber Sie haben ja auch das Gespräch dort, das Sie führen. Und meine Frage auch an Sie, wie kann oder wie ist und wie kann, können diese Themen Gegenstand des politischen Diskurses, der Auseinandersetzungen in der Gegenwart sein? Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Wichtiges Thema. Das Thema muss auf die Tagesordnung mehr denn je. Dann, was Frau Teuteberg gesagt hat, kann ich dick unterstreichen. Ich bin ja auch in den neuen Bundesländern aufgewachsen und habe die DDR-Zeit noch erlebt. Und ich stelle fest, dass so mittlerweile eine Verklärung eintritt, dass viele sagen, so schlimm war doch das gar nicht. Ja, wenn man auch sieht, heute in der Gesellschaft, viele erleben dann, dass sie sich um vieles selber kümmern müssen, sind arbeitslos oder vieles andere. Sagen Sie zu DDR-Zeiten, hört man oft den Spruch, war vieles besser. Und das war es eben nicht. Ja, und man wird, man vergisst, was wirklich war, dass wir die Mauer hatten. Wir haben ja im Harz, in meinem Wahlkreis, entlang des grünen Bandes, haben wir ja auch die Mauer und ich mache immer eins. Wir haben ja als Bundestagsabgeordneten dreimal im Jahr die Möglichkeit, 50 Personen einzuladen. Also die Kolleginnen oder Kollegen, die weiter weg wohnen, die haben drei oder vier Tage. Ich habe zwei Tage, weil ich ja näher dran bin. Und bei mir ist immer Pflichtprogramm in Berlin, Wohnschönhausen. Und wenn das geht, mit Zeitzeugen. Und dann hinterher sagen viele, so haben wir das gar nicht gewusst oder nicht betrachtet. Es gibt auch einige, die können nicht reingehen, weil sie das selber so erlebt haben. Die habe ich auch. Und dann stellt man immer mal fest, dass selbst bei denen, die schon ein bisschen älter sind, so eine Verklärung eingesetzt hat. Also schlimm war das ja gar nicht. Oder so sagen viele. Und hinterher sagen sie, das habe ich ja gar nicht gewusst. Also das unbedingt, das Thema immer wieder auf die Tagesordnung muss. Und mir liegt immer ganz viel dran, dass wir am 13. August, am 17. Juni Veranstaltungen durchführen. Wir haben ja auch gemeinsame Veranstaltungen gemacht, an der Grenze erschossen. Also die wir im Harz ganz viel hatten. Und man ist ein bisschen betrübt, dass da so wenig dran teilnehmen. Normalerweise müssten viel mehr, müssten viel mehr dran sagen, da müssen wir hingehen. Wir müssen als Zeitzeugen, oder wir haben die DDR-Zeit erlebt. Wir wollen das nie wieder. Aber das ist immer, und wir haben ja jetzt am 17. Juni dieses Jahres, haben wir das in Wernigerode auch gemacht mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und wir wollten das auch ein bisschen größer aufziehen, damit wir auch, wir werden ja auch älter, damit wir auch jüngere Generationen dazu gewinnen können. Und das ist außerordentlich schwierig. Diesmal war es ein Sonntag. Wir wollten das mit dem Gymnasium machen, die Schulen einbinden. Aber der Schulleiter war nicht dazu bereit. Er hat gesagt, der kriegt Sonntag keine Schüler. Und deswegen halte ich das auch für wichtig, dass das Pflichtthema wird in unseren Schulen, nicht nur in den neuen Bundesländern, sondern auch in den alten Bundesländern. Und je tiefer man nach Bayern kommt oder nach Nordrhein-Westfalen, gibt es auch viele, die noch nicht in den neuen Bundesländern waren, die sich das noch niemals so angeguckt haben. Bei mir oben in Sorge, dieses Grenzdenkmal oder vieles, oder in Abbenrode, oder wenn man dann nach Niedersachsen rüberkommt, die Schautafeln, dass man mal sagt, hier war mal die Mauer, hier war die Grenze. Und natürlich sind für uns Zeitzeugen besonders wichtig. Und die werden leider immer weniger. Und es wächst ja keine Gruppe nach. Aber wir sind, also es gibt ja jetzt keinen gesetzlichen Anspruch. Also früher in der NS-Zeit war es ja einfacher, weil ja die Bundesregierung der Nachfolger war. Aber wir haben ja, wir sind ja der Bundesrepublik beigetreten und sind jetzt nicht so, dass der Rechtsanspruch ist, dass wir für die betroffene Gruppe was tun, dass das so ein Automatismus ist. Und das müssen sie alles hart erkämpfen. Und deswegen ist auch ihre Gründung des Vereins und der Begegnung so wichtig, dass wir mehr und dass der ein oder andere, der sagt, ich habe mich bisher noch nicht getraut. Die gibt es immer noch. Ja, weil manche dachten, sie waren selber schuld oder sind nur ein Einzelfall. Dabei ist die Gruppe viel größer. Wir müssen unbedingt die Erinnerung wachhalten. Und dazu ist Bund und Land sind auch gefordert, dafür die entsprechenden, für die Erinnerungsstätten die Mittel bereitzustellen. Also was ich tun kann, will ich gerne dabei dazu beitragen. Und ich finde mal, wir tun uns in der Politik auch ein bisschen schwer. Ja, also wir sind jetzt wieder, die Periode ist schon wieder fast Halbzeit. Und wir kommen mit unserer Gesetzgebung, dass wir den Opfern weiterhelfen, immer nur schleppend hinterher. Okay. Ganz herzlichen Dank dafür, Frau Bremer. Frage an Evelin Zupke. Sie merken, ich bewege mich in dieser Eingangsfragerunde so ein Stückchen um die Frage von Erinnerungskultur, Aufarbeitung, wie auch das Unterthema des Kongresses, das Aufarbeiten aufklären. Evelin, das Thema darüber informieren, was denn da passiert ist. Das ist ja wichtig im Blick auf Schülerinnen und Schüler. Das haben Sie beide auch gesagt. Und das ist ja aber Ländersache Bildung. Deshalb ist es auch ganz schwierig, in so eine Forderung, in so einen Forderungskatalog an die Bundesebene zu richten. Aber es gibt ja Themenbereiche, wo es dann aber eben doch auch durchaus in Bundeszuständigkeit ist. Und ich will das Beispiel nennen. Im deutschen Richtergesetz ist vor einiger Zeit ein Passus eingeführt worden, dass sich alle Juristinnen und Juristen, die sich in der Ausbildung befinden, vor dem ersten oder zweiten Examen mit dem Thema Justiz in Diktaturen befasst haben müssen, obligatorisch. Dazu habe ich mich hier in Sachsen-Anhalt mit unserer Justizministerin eingehend unterhalten. Dann haben wir uns tief in die Augen geguckt und haben gesagt, genau das machen wir, weil darum geht es ja. Wir müssen ja die nächste Juristengeneration quasi imprägnieren gegen diese Versuchungen und gegen diese Auflagen, die Diktaturen mit sich bringen und immer Justiz instrumentalisieren. Ich komme gerade heute von unserem vierten Ausbildungsgang. Also ab dem Jahrgang 2023 werden alle ausbildeten Juristinnen und Juristen in Sachsen-Anhalt solche Kurse durchlaufen haben. Meine Frage an dich, Evelin, nach dieser Vorrede ist, siehst du solche Punkte auch in anderen Berufsgruppen? Wir haben ja darüber gesprochen in dem Beirat gesundheitliche Langzeitfolgen. Wir haben an ganz verschiedenen Stellen darüber gesprochen, also jetzt nicht in der Schulbildung, das ist Ländersache, da kommen wir ja nicht hin, aber mit der Perspektive auf berufsethische Ausbildungen oder auch auf berufsbegleitende Ausbildungen. Siehst du hier Punkte, die dir wichtig sind? Ach, da sehe ich eine Menge Punkte und noch ergänzend zu dem, was du gesagt hast, gibt es ja auch noch die Fortbildung der Richter und da haben wir dafür gesorgt, dass die Fortbildungsakademie der Richter auch diesen Aspekt SBZ, SED-Unrecht, also formende Repressionen und so weiter aufgenommen hat, sodass das nochmal ergänzt wird, auch für Juristen, die bereits ihre Ausbildung hinter sich haben. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ich weiß auch, dass viele Länder und Landesbeauftragte auch was mit Lehrern machen, auch die Stiftung Aufarbeitung. Da komme ich zu dem Punkt, alle mit Menschen befassten Berufsgruppen, denn die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Menschen, die hier sitzen und anderswo, sind ja nur eine Teilmenge der Menschen, die, also wenn sie auf ein Amt gehen, auf ein Versorgungsamt, in eine Schule gehen, also überall sitzen ja Menschen, auf die man manchmal angewiesen ist. Und da komme ich, werde ich gleich ganz konkret, nämlich zu meiner täglichen Arbeit, wenn ich von Menschen, von vielen von Ihnen ja auch Berichte höre, wie sie auf Gerichten, wie sie in Ämtern, Versorgungsämtern dergleichen behandelt werden, teilweise gar nicht aus bösem Willen, sondern weil einfach so ein dermaßenes Unwissen herrscht, über die Zustände in SBZ und DDR, über die Form der Repression, hin bis zum Lesen der Akten, was die Menschen nicht können, weil sie haben eine Haftakte aus einer Diktatur vor sich. Da mussten die Menschen, viele von Ihnen, ich trage Eulen nach Athenie, mussten unterschreiben, darüber sprechen sie nicht. Und wenn sie in Westen freigekauft wurden, gleich gar nicht. Und dann, die Haftakte ist geglättet. Wir haben Zitate von Gutachtern, von Richtern, wenn in der Haftakte nicht steht, sie waren traumatisiert, dann waren sie nicht traumatisiert. Also solche Dinge oder Jugendhilfeakten sind eigentlich noch ein besseres Beispiel, weil das ja nicht so klassische Haftakten waren. Die Haftakten sind ja oft erst mal, die Rehabilitierung läuft darüber ja ganz gut. Mit den Gesundheitsschäden ist es überall das gleiche Dilemma. Aber Jugendhilfeakten, auch das wissen viele von Ihnen. Aber das finde ich immer wieder erschütternd, dass sich das Wissen noch nicht durchgesetzt hat, wie man Jugendhilfeakten einer Diktatur lesen muss. Denn Jugendhilfe war zum Teil eben auch ein Repressionsapparat in der DDR, die die Menschen disziplinieren sollte, die Menschen Angst machen sollte, die Menschen ohne Gerichtsbeschluss, Kinder, Jugendliche eingesperrt hat. Und das kann man den Akten nicht entnehmen, als welches Instrument sie dienten. Und das geht zwar jetzt hier ins Detail, aber es führt genau zu deiner Frage, nämlich die Menschen können es nicht, weil sie es nicht wissen. Also manchmal gibt es auch Menschen, die wollen es nicht wissen und die wollen es nicht lesen. Also ich glaube, es ist sehr komplex und facettenreich, aber alles, was wir tun können, ist ja, bösen Willen kann man Menschen nicht austreiben, sage ich mal. Aber wir können alles dafür tun gemeinsam, dass wir mehr dafür sorgen, dass diese Menschen in Ausbildung oder wenn sie bereits im Beruf sind, Schulung erhalten können, dass es die Möglichkeit gibt. Und da, und das will ich auch gerne ergänzen, bin ich als SED-Opferbeauftragte auch dran, hier mit verschiedenen Menschen zusammen, die da auch zu den Themen geforscht haben, zu gesundheitlichen Langzeitfolgen, für verschiedene Dinge. Das beginnt jetzt erst, es ist nicht so einfach, wie ich mir das mal vorgestellt habe, man macht einen so ein Schulungsding, so ein Programm und dann legt man das auf und dann ist das große System da, da gießt man das rein, dann kommt es überall an. Ne, so ist es nicht. Also ich habe ganz viele Gesprächspartner, unter anderem die Caritas, die Diakonie, da komme ich gleich, es mischt sich bis ins Thema, auch mit den Beratungsstellen im Westdeutschland. Das ist ja auch die Forderung in ihrem Forderungskatalog gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Und mir ist bewusst, dass das ganz wichtig ist. Und auch hier muss es natürlich Menschen geben, die in der Lage sind dann, wenn die Menschen Beratung suchen im Westen, dort Auskunft zu geben und den Menschen weiterzuhelfen. Also es müsste sozusagen ein Ausbildungs, da sind wir auch dabei, das sieht auch gar nicht schlecht aus, zu haben, wo man verschiedene Module hat, die einen zur Sensibilisierung von Mitarbeitern, die anderen eher zur Schulung, über auch grundlegendes juristisches Wissen oder um als Lotsenfunktion dienen zu können, die Menschen da und da und dann Beratungsstellen zu schicken zu können und dergleichen. Also ich sage mal, alle Menschen, die mit Menschen zu tun haben, sollten eigentlich wissen, ob in Ost oder West, dass es eine Diktatur gegeben hat, SBZ, DDR-Diktatur, in der Menschen gelitten haben und Menschen immer noch leben, Gott sei Dank und auch noch viele noch lange leben werden, nämlich die Generation der Heimkinder. Das ist ja noch eine ganz große Gruppe auch, die auch immer noch nicht erfasst ist, auch im Geist der Gesellschaft noch nicht richtig angekommen ist. Die Leute sagen ja heute noch, naja, Heimkinder hat es ja überall gegeben und naja, wenn das auch Raudis waren, was sollte man auch mit denen machen? Also der politische Charakter, die Jugendhilfe als repressionsarm auch in diese Gruppe hineingewirkt hat, für die SED, auch das alles gehört dazu. Wenn Menschen nicht anerkennen, dass das so gewesen ist, dann wird auch jedes Wissen, was man ihnen anbietet, an ihnen abprallen. Herzlichen Dank dafür. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Das bedeutet, oder anders gesagt, wir beide sind ja Mitglied eines Fachbeirates in einem Forschungsprojekt für gesundheitliche Langzeitfolgen von SED Unrecht. und dort ist eben so ein Berater, also eine Fortbildung für Menschen, die Beratungsarbeit machen, implementiert. Und der Gedanke, ein Gedanke dabei ist eben auch zu gucken, wie kann man solche Fortbildungen für Beraterinnen und Berater eben auch in Westdeutschland machen und das möglichst zielgerichtet, sodass dort auch mit dem Thema umgegangen werden kann, weil es gab nun mal ja viele, viele tausend, zweieinhalb Millionen Menschen, die ja übergesiedelt sind und die ihre Geschichte mitgenommen haben nach Westdeutschland. Frau Helber, ich will Ihnen noch eine Frage stellen und dann würde ich gerne erst mal hier die Möglichkeit eröffnen, dass Sie sich äußern können, ich sehe, Sie denken und hören kräftig mit, aber dass wir dann auch das Gespräch nochmal so ein bisschen aufweiten können, Frau Helber, an Sie die Frage an dieser Stelle, es ist der zweite Kongress und es sind hier viele Frauen versammelt, die auf ganz unterschiedliche Weise sich entweder politisch engagiert haben und dann Repressionen erlitten haben oder politisiert Repressionen erlitten haben. Wie ist Ihre Erwartung an diesen Kongress? Was möchten Sie gerne, welches Signal soll von hier ausgehen? Das frage ich Sie ganz bewusst jetzt, das ist ein bisschen gemein, aber dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, das schon mal am Anfang zu sagen, damit Sie dafür möglichst viel Unterstützung kriegen? Ja, natürlich, ein bisschen gemein ist es ja, denn wir haben ja noch anderthalb Tag vor uns, aber natürlich das Ziel ist, dass die Frauen, die hier gekommen sind und wirklich einige sind gekommen, die hätten sich das glaube ich nicht vorstellen können, dass sie hier sitzen und ich sage es nochmal, vielen, vielen Dank für euch, die ihr hier seid, die ihr so mutig seid und bemerkenswert und redet und ins Reden kommen werdet und unser Ziel ist, redet alles auf sensible Weise in einem Rahmen, wir sind unter uns und wir können uns dann verständigen, das ist unser Ziel, wir können uns vernetzen und wir können uns selbst stärken, dass wir uns ja nicht, dass wir nicht in eine Verbitterungsstörung fallen, sondern wirklich nicht mehr Angst haben zu reden und dass alle reden können, egal welcher Repressionen sie ausgesetzt waren und sie werden gehört, hier gehört und vielleicht dann auch mutiger und erzählen es in der Öffentlichkeit und das ist ja auch unser aller Anliegen, unseres auch, vielleicht sogar zur Zeitzeugin werden in Schulen oder Institutionen. Ich muss aus meiner Erfahrung sprechen, mir ist das auch so gegangen, ich habe 25 Jahre geschwiegen und irgendwann war der Tag da und bei vielen ist dieser, wo ich nicht mehr geschwiegen habe, wo ich mich mit der Sache auseinandergesetzt habe, nämlich mit meiner Geschichte und dann natürlich gemerkt habe, ja, die vielen Frauen, wo sind sie alle? Und dann eben angefangen habe, wirklich buchstäblich zu suchen und habe die Frauen gefunden und habe sie versucht, zu treffen in einer Gemeinschaft, in einem schönen Rahmen und sie haben angefangen zu erzählen und das hat sich dann so fortgesetzt und viele sind wirklich erleichtert, darüber zu erzählen und das ist auch gut und sie haben keine Angst mehr für die Öffentlichkeit und das ist unser Ziel, dass eben die Frauen, wenn sie möchten, natürlich, klar, erzählen, ihre Geschichte und eben weitergeben und gehört werden und sich auch nichts mehr gefallen lassen, so nach dem Motto, es war doch gar nicht, was erzählst du denn da? Was erzählst du denn da? Das kann man ja gar nicht glauben. Mir ist das so gegangen. Die haben alle weggehört und da habe ich gesagt, nö, gibt es nicht, weghören gibt es nicht mehr, wegschauen schon gar nicht und so hat sich das so aufgebaut und ich denke, ich habe, oder wir haben uns alle so gefunden und wir nehmen uns gegenseitig mit und das ist was Gutes und sonst würden wir hier nicht den Kongress machen. Also ich finde das wichtig, auch jetzt in den nächsten zwei Tagen, sprecht untereinander, miteinander, übereinander und wie soll es weitergehen, bringt auch die Ideen mit in unser Forum rein, der nächste Kongress kommt garantiert. Das was ist ein Statement. Ja und ganz kurz noch, darf ich vielleicht noch sagen, wenn es um diese Lehrpläne geht, ja, leider Gottes, Ländersache. Aber Ländersache ist okay, aber man könnte doch auch, wie man es mit den Juristen macht, die Lehrer, die zum Beispiel Geschichte oder Unterrichter der Gemeinschaftskunde, könnte man die nicht auch in der Ausbildung in die Pflicht nehmen, über die DDR mehr Wissen vermitteln zu kriegen und das ist dann zur Pflicht, auch in den Schulen wird, denn ein Lehrer kann nur vermitteln. Und ich sehe das, ich merke das ja selber als Zeit, ich gehe ja eigentlich nur, ich sage es immer noch, im Westen in die Schulen und oft, sehr oft und es gibt hochinteressierte Lehrer, aber die sind eben selbst alleine unterwegs und machen das. Und das ist das, was mich da manchmal ein bisschen bedrückt, aber es gibt wirklich viele, viele schöne, gute Gespräche mit den Lehrern und mit den Schülern. Und sie wollen es wissen. Und sie wollen es wissen. Das ist immer ganz gut. Und da wäre ich wirklich froh, wenn die Lehrpläne sich doch ein bisschen verändern würden, für die Lehrgeschichte. Frau Helber, ich verstehe den Punkt, da haben Sie völlig recht, das ist wichtig, das Thema, das gehört in die Schulen, da gehören auch Strukturen hin, dass Gedenkstättenfahrten finanziert werden. Sie müssen nicht obligatorisch sein, aber sie müssen obligatorisch finanziert sein, damit nicht Schulen aus dem Süden Baden-Württembergs gar nicht die Gelegenheit und Möglichkeit haben, nach Hohenschönhausen zu kommen oder in den Roten Ochsen. Da werden sie ja morgen sein, auch Gedenkstätte. All dieses. Also ich glaube, da ist wirklich ganz viel Luft nach oben und auch Unterstützung für die Schulen auch in der Lehrerfort- und Ausbildung notwendig. Ganz herzlichen Dank dafür und auch noch mal für Ihr Engagement, für Ihren Aufruf zum zivilgesellschaftlichen Engagement, denn das ist genau das, was Sie tun, zur Zeitzeugenschaft aufzurufen, einzuladen und sich wichtig zu nehmen und so wichtig zu sein, wie man ist, mit der eigenen Geschichte. Ich habe es gesagt, ich lade jetzt sehr herzlich ein, dazu sich zu Wort zu melden und ich würde gerne jetzt die Regie an die beiden Damen mit dem Mikro, ich sehe von hier alle und würde Sie dann bitten, dorthin zu gehen, wo ich Ihnen das dann sage. Wir müssen nur etwas ansagen für die Übertragung gleich. Deswegen, ja. Ja, also die erste Wortmeldung war hier vorne. Ja, und dazu muss ich eben vorher ansagen, dass wir jetzt den Livestream, also die Übertragung dieser Veranstaltung ins Internet, auf YouTube, beenden. Denn wir wissen nicht, ob Ihnen das vielleicht unangenehm ist. Für alle, die jetzt also im Internet zugucken, geht es morgen früh um 10 Uhr weiter. Denn wir machen es so, dass die Publikumsfragen jetzt nur hier im Raum gestellt werden, dass wir die Online-Übertragung dann an dieser Stelle beenden. Rechts sind. Damit Sie auch wirklich frei hier mit dem Gefühl, dass Sie hier gehört werden, aber nicht, dass etwas aufgezeichnet wird, ja, wo Sie dann vielleicht sagen, hätte ich mal lieber doch nichts gesagt oder so, ja. Deswegen, hier jetzt bleibt es im Saal, was jetzt gesagt wird. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das verstanden.